Der Deutsche Preis für Wirtschaftskommunikation 2018 in der Kategorie Event und Messekommunikation geht an die BVG. Wir haben da glaube ich das ein oder andere Mal an die Tür geklopft und ein bisschen gebettelt und ich glaube beim achten Mal wurden wir erhört. Ich glaube das Erfolgsrezept ist sich selber nicht zu ernst zu nehmen und immer wieder die Berliner ein bisschen zu überraschen. Ich könnte es ausschalten!